Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial in der Unreal Engine 5. Heute schauen wir uns an, wie der Blueprint-Interface überhaupt funktioniert. Er gehört auch zu den Blueprint-Kommunikationen, aber hat gewisse Vorteile gegenüber dem Cast-to-Note zum Beispiel. Dazu sind wir im Third-Person-Template und wir gehen erstmal auf den Third-Person-Blueprint und ziehen das mal auf unseren Haupt-Panel und wir wollen folgendes, wir wollen eine Lebenspunkte-Variable erstellen und der Typ sollte ein Integer sein und sagen wir mal, der Charakter hat 100 Lebenspunkte. So, wir erstellen ein Custom-Event. Die Sache ist die, ich werde als erstes zeigen, wie der herkömmliche Werk mit Cast-to-Note diese Funktionalität, also die Kommunikation hergestellt wird. Danach werde ich das mit dem Blueprint-Interface machen und dann könnt ihr auch sehen, was der Unterschied und was die Gemeinsamkeiten sind, was auch die Vorteile vom Interface ist. Also, jetzt erstmal zum Herkömmlichen. Also, ich habe hier ein Custom-Event erstellt und schreibe hier in Schaden hinzufügen, hinzufügen. Ja, das ist ein Event, Custom-Event und hier, genau, Health, da haben wir ja Health. ist ja so, jedes Mal, wenn dieser Event getriggert wird, wird ein Wert, der von hier eingeleitet wird, ein Input sozusagen, um diesen Wert werden die Lebenspunkte abgezogen. Das heißt, das ist die Schadensmenge. Dazu erstellen wir hier ein Input, klicken da drauf, stellen hier Input und schreiben hin in Schadensmenge. Ja, und das soll auch vom Typ Integer sein. So. So. Was passiert? Health wird um die Schadensmenge verringert, also ein Minus. Ihr zieht hier was raus und schreibt Minus ein und da habt ihr schon Subtract Note, ja. Und der neue Wert wird dann quasi gesetzt. Der neue, quasi Leben, neue Health-Punkte werden gesetzt und dieser Wert soll im Viewport ausgegeben werden. Also ziehen wir hier raus und schreiben hin Print String. So. Und der Wert soll, genau, so, Schaden hinzufügen. Das ist im Third-Person-Character. Jetzt gehen wir in einem anderen, jetzt erstellen wir uns eine Blueprint Class. Und zwar nehmen wir ein Actor, ja. Und eine Trigger-Box, ja. Ziehen den auch hier rein. Ja. Wir können ja den Trigger-Box, äh, quasi dem Parenten und dann, äh, also quasi da draufziehen auf den Cube, dann ist es der Cube, der Parent von Trigger-Box und dann setzen wir das auf null, die Location in den Details und dann sind wir genau in der Mitte, ja. Das ist auch so ein kleiner Hack, ja, den man machen kann. Und, äh, drücken die R-Taste, um das Ganze zu skalieren und größer zu machen, ja. Der Gedanke ist, das ist ein, äh, Actor. Sobald der Character hier in diesen Bereich geht, äh, zieht quasi dieser Actor dem Third-Person-Blueprint, äh, Punkte. Also er fügt dem quasi Schaden hinzu. So. Also wir erstellen einen Blueprint Class. Wie machen wir das? Wie zum... Es gibt viele Wege. Einer davon ist, äh, komm, schon. Blueprint und Trigger-Box, beides aus... Ah. So. Sorry. So, beides auswählen. Hier drauf. Convert Selection to Blueprint. Actor, richtig. Harvest Components. Und da schreiben wir hin BP, ja, Feuer. Ja, BP Feuer. So. Da haben wir schon mal einen Actor, ja. So. Wir haben hier einen Trigger-Box. Den klicken wir an. Und die können wir rauslöschen. So in dem Event Graph und rechte Maustaste. Oder nee. Hier draufklicken auf die Trigger-Box Collision. Gehen hier runter. Und Component Begin Overlap. Klicken hier einmal drauf. Dann ist der Event. Also sobald ein Actor hier drauf geht auf die Trigger-Box, soll irgendwas passieren. So. Was soll passieren? Es soll, ähm, genau. Schaden hinzufügen eventuell ausgelöst werden. So. Gehen wir mal Schaden hinzufügen ein. Es erscheint nicht. Wir müssen hier in Context Sensitive ausschalten. Dann haben wir schon dort. Schaden hinzufügen, ja. Verbinden wir das Ganze mal. Hier die Schadensmenge. Sagen wir mal, bei jedem Überqueren dieser Collision-Box sollen 10 Lebenspunkte abgezogen werden. Jetzt compilen wir. Wir haben eine Fehlermeldung. Genau. Warum? Weil hier das Objekt fehlt. Und das Objekt äh, wollten wir machen, indem wir Cast to Third-Person-Character, ja. Cast to Node. Das hatten wir auch in anderen Videos. Cast to Third, ja. Leerzeichen. Cast to Third-Person-Character. Genau. So. Dann verbinden wir diese Exec-Pins miteinander, ja. Und dieser Objektiv-Character geht hier rein. Und hier wissen wir ja die Klasse Get-Player-Character. Ja. So. Das war's. Jetzt macht, jetzt macht dieser Component es, wenn der Charakter durchläuft. Dann sagt er, okay. Bist du Third-Person-Character? Ja. Wenn ja, dann feuere quasi dieses Event. Und dieses Event quasi zieht dem Charakter 10 Lebenspunkte. So. Das schauen wir uns mal in der Praxis an. Ja. Erstmal alles compilen. So. Play. So. Jetzt laufen wir mal hier an. Und schon haben wir 90. Am Anfang hatten wir 100, 80, 70 und 60, ja. Genau. Das ist der, ähm, das ist der, äh, äh, der Weg, äh, der Weg mit Cast to Nodes. Jetzt haben wir gesagt, wir wollen das ja auch mal dem Blueprint Interface. Das ist das Neue, was wir heute lernen. Und dazu müssen wir erst einmal einen Blueprint Interface erstellen, ja. Dazu können wir hier, ja, wir können es hier oder im Content, ist eigentlich egal. Rechte Maustaste, Blueprints und hier Blueprint Interface. BPI, ja, Kürzel, mein Interface ist eigentlich egal, wie ihr es nennt. So. Und rein damit. So. Schaden. Dann. Das ist ein Blueprint Interface. Das ist ein Read-Only, äh, Blueprint quasi. Das heißt, wir können hier nichts ändern. Wir können hier keinen Node reinsetzen. Wir können hier, ähm, keine Variablen erstellen. Gar nichts. Wir, also nur Read-Only, wie es auch der Name sagt. Hier können wir jedoch Funktionen erstellen. Und diese Funktionen können Inputs und Outputs haben, ja. Genau. Und der, der Clou beim Blueprint Interface ist, normalerweise hat man ja immer zwischen den Blueprint Klassen kommuniziert. Aber jetzt ist ein Blueprint Interface dazwischen geschaltet. Und eigentlich kommuniziert man nicht mehr mit den Klassen untereinander, sondern man kommuniziert über die Blueprint Interface. Und was der Vorteil dabei ist, das kann ich euch zeigen. Also wir haben ja hier einmal diese Funktion mit dem klassischen Weg. Jetzt kappe ich mal mit Alt gedrückter Taste raus diese Events. Und das Blueprint, hier wo sind wir? BP Feuer. Jetzt kappe ich das auch mal, ja. Ne. Das kappen wir mal. Und das kappen wir mal. So. Genau. Jetzt ziehen wir das Ganze mal hoch. Und dieses Pendant dazu, äh, machen wir das mit dem Blueprint Interface. Wie nannten wir unsere Funktionen? Schaden. Also, rechte Maustaste, Schaden. Ja. Und sobald hier ein Message steht, wisst ihr, dass es über ein Blueprint Interface geht. Ja. Klickt ihr einmal hier drauf. Hier ist auch ein kleines Briefsymbol, was bei dem, ja, direkte Cast-to-Node nicht der Fall ist. Ja. Und dann verbindet ihr das Ganze. Und hier kommt der Clou. Einer der größten Vorteile ist, ihr braucht hier kein Cast-to-Node beim Blueprint Interface. Das heißt, der Blueprint Interface übernimmt bereits, ähm, diesen Cast-to-Node. Das heißt, ihr müsst eigentlich nur dieses Aller-Actor mit dem Target verbinden. Das war's schon. Also, diese ganze Mittelding, das könnt ihr euch sparen beim Blueprint Interface. Das ist ein Riesenvorteil. So. Warum das so ist, das sehen wir uns jetzt an. Wir sind im BP Feuer. Jetzt gehen wir ins Third-Person-Character. Jetzt müssen wir, damit wir so ein Event erstellen können über die Blueprint Interface, den Blueprint Interface implementieren in die Klasse. Und wie machen wir das? Äh, genau. In Class Settings hier. Hier steht Implemented Interfaces. No Interfaces. Das ändern wir jetzt. Und schreiben hin, wie hieß unser Blueprint Interface? BPI-Mine-Interface. Ja. Schreiben wir mal rein. BPI-Mine-Interface. So. So. Auch ein wichtiger Teil, damit man auch, ähm, den Event hier raussehen kann, ist, dass man hier den BPI-Mine-Interface auch compiled, ja. Und dann sehen wir folgendes. Wir sehen hier ein Interface aufploppen. Und mit diesem Interface, den können wir jetzt implementieren. Entweder rechte Maustaste, Implement Event oder Schaden. Und dann könnt ihr BPI-Mine-Interface. Ach, nee, das ist nicht. Schaden. Ähm, nein. Ziehen wir das so rein, ja. Also rechte Maustaste, Implement Event, ja. Und da haben wir dann auch den Event implementiert, ja. So. Jetzt haben wir hier noch ein anderes Zeichen. Das ändert, das sieht ja auch anders aus wie dieser Custom Event, dass wir hier ein, ja, da wissen wir, dass es ein Interface ist. So. Wir haben das ja hier, dass wir eine Schadensmenge als Input genommen haben. Das ging ja hier über den Schaden hinzufügen Call. Und den können wir auch beim BPI-Mine-Interface einfügen. Da können wir das gleiche hier machen und schreiben bei den Inputs ein Plus. Wir sind, ich bin im BPI-Mine-Interface. Und schreiben hin Schadensmenge. Den Punkt, Schadenspunkt, ja. Und den Typ nennen, machen wir mal Integer. Compile wieder. Nicht vergessen. Und genau, da haben wir Schadenspunkt. Und den haben wir auch hier. Jetzt können wir das gleiche wie beim Cast2-Verfahren auch so hier den Pin verbinden. Und mit dem BPI können wir sagen, wie viele Schadenspunkte, sagen wir mal 5, ja. Compile, nicht vergessen. Und Play. Und jetzt mal. Und genau. Funktioniert wunderbar. Ja. So. Und dann könnt ihr auch viele verschiedene Funktionen machen. Und das Besondere ist auch, dass wer auch immer diese BPI, also Blueprint-Interface implementiert hat, der hat dann Zugriff auf diese Funktion. Und diese Funktion wird dann auch durchgeführt bei allen anderen. Also es kann auch sein, dass bei einem ein anderer Code-Teil ist, bei einem Aktor eine Funktion Schaden hinzufügen gemacht. Also bei einem Aktor wird der Schaden hinzufügen diesen Programmteil quasi durchgeführt. Bei einem anderen Aktor kann ein Schaden hinzufügen-Event ganz anders aussehen, als was dahinter kommt. Das ist abhängig vom... Deswegen habt ihr auch die Flexibilität beim Blueprint-Interface. Ist auch sehr, sehr... Ja. Hat einen Großvorteil. Ein anderer Vorteil ist, dass ihr auf jeden Fall kein Cast2-Lode braucht. Ja. Das war's. Also Blueprint-Interface soweit. Wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.